Okay, dann nochmal herzlich willkommen zu der abschließenden Diskussion sozusagen. Ich begrüße Dr. Michael Florian, er ist ausgebildeter Soziologe und hier bei uns an der TU als Oberingenieur am Institut für Innovationsmarketing tätig. Er hat in Münster promoviert mit einer Arbeit zu Arbeits- und Berufsrisiken von Fernfahrern und forscht unter anderem zur Soziologie von Firmengründungen und Startups. Und ein Projekt, das mir aufgefallen ist in den Beschreibungen, er arbeitet unter anderem auch zur Vertrauens- und Reputationsforschung und zur Wirtschaftsethik. Und insofern war er ein idealer Gast, um mit uns vielleicht so ein bisschen über den Film und die im Film transportierte Idee von Arbeit und wie Gesellschaft durch Arbeit auch bestimmt wird zu sprechen. Und erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und ich würde in diesem Moment dann mit der Frage einfach beginnen wollen, vielleicht auch erstmal unabhängig vom Film, wie steht es denn so um die Zukunft der Arbeit? Was haben Sie da so für Ideen, wie wird sich das entwickeln in der nächsten Zeit? Ja, die Frage ist nicht sehr einfach, weil in Bezug auf die Zukunft der Arbeit gibt es ja unterschiedliche Forschungsergebnisse, die sehr widersprüchlich sind, die sehr mehrdeutig sind. Das Thema insgesamt ist ja sehr spannend, beschäftigt uns alle und was dort an Forschungsergebnissen in den letzten Jahren, vor allem unter dem Stichwort Industrie 4.0, Arbeit 4.0, das heißt Digitalisierung, Internet der Dinge, um so ein paar halbe Schlagwörter zu nennen, zusammengetragen worden ist, ist, dass im Grunde genommen eigentlich gar nicht klar ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich denke, einig sind sich alle Expertinnen und Experten, die darüber forschen, dass sich die Arbeit grundlegend ändern wird, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Mit welchen Folgen aber und wie sie sich ändern wird, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Die reichen einerseits von der Idee, dass ein Großteil der Arbeitskräfte freigesetzt werden. Das heißt also, es gibt dort Untersuchungen von Forschern von der Universität Oxford, die 2013, also Frey und Osborne, die 2013 herausgefunden haben, errechnet haben, geschätzt haben, muss man sagen, dass in den USA 47 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen werden durch die Digitalisierung. Dazu muss man natürlich sagen, sie haben nur das Automatisierungspotenzial untersucht, nicht untersucht, dass vielleicht auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen und wie letztlich der Saldo ist dieser Digitalisierungsentwicklung. Das heißt also, hier wird unheimlich im Nebel rumgestochert, es gibt dann Nachfolgeuntersuchungen, die versuchen einzuschätzen, wie sich das in Deutschland entwickelt. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Zahlen von 9 bis über 12 bis 59 Prozent. Das heißt also, wir sehen hier, im Grunde genommen ist eigentlich gar nicht klar, wie sich das entwickelt. Wir wissen, es wird sich etwas verändern, auf jeden Fall, viele Berufe werden davon betroffen sein, es werden neue Berufe entstehen, wir wissen noch nicht welche. Es deutet sich einiges an, so ein Bereich von Internet und neuen Technologien. Aber letztlich, welche Auswirkungen das hat für den Einzelnen, für ganze Berufe, wissen wir nicht. Prognosen sind hier auch nicht sehr verlässlich, weil, wie gesagt, wir steuern im Nebel rum und können nicht einfach das, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, einfach in die Zukunft hinein verlängern. Dafür sind viel zu viele Dinge ungewiss, was die Zukunft der Arbeit betrifft. Auch was die Zukunft eigentlich der Gesellschaft betrifft, die ja sehr stark auch von der Entwicklung der Arbeit abhängt. Genau, also das wäre etwas, was wir ja im Film gesehen haben, auch, dass eine relativ große Ungleichberechtigung sozusagen entsteht. Und wir haben ja tatsächlich aktuell schon solche Debatten irgendwie sehr stark, also dass soziale Ungerechtigkeit eben durch die Verteilung von Lohnen und die Verteilung von Reichtum in der Gesellschaft irgendwie vorhanden ist. Wie kann man dem durch Automatisierung vielleicht auf irgendeine Art und Weise entgegenwirken oder wird es das eher noch verschlimmern? Also im Film ist die Situation ja in ein relativ starkes Extrem getrieben. Wo steuern wir darauf hinaus? Ja, die Frage ist natürlich ähnlich schwierig und ähnlich problematisch zu beantworten, das wissen wir nicht. Ich denke, was man schon dabei berücksichtigen muss, dass es hier keinen technisch-logischen Determinismus gibt. Also im Grunde genommen, die Automatisierung ist unabhängig von der Frage erstmal zu betrachten, wie sich das sozialpolitisch auswirkt. Weil das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Automatisierung kann dazu beitragen, das hat man ja im Film gesehen, dass wir auf Inseln der Glückseligkeit leben können. Also die Medizin macht enorme Fortschritte, unheilbare Krankheiten können geheilt werden, wie Leukämie in dem Film sehr schön dargestellt wird. Allerdings wird in dem Film auch dargestellt, dass die Fortschritte der Medizin dort sehr ungleich bei der Bevölkerung ankommen. Und sich nicht jeder diese Fortschritte der Medizin leisten kann. Und das ist natürlich dann der dystopische Hintergrund gewissermaßen dieses Filmes, das gezeigt wird, soziale Ungleichheit auf die Spitze getrieben. Gewissermaßen eine Gated Community im Weltraum, die unter sich lebt, die alle Annehmlichkeiten des Lebens, des Paradieses gewissermaßen in Anspruch nehmen kann. Während die große Mehrheit der Menschheit, der Bevölkerung dort unten auf der ökologisch und ökonomisch zerstörten Erde vor sich hin, sozial natürlich auch Erde vor sich hin vegetiert. Und das ist aber unabhängig von der Frage der technologischen Entwicklung. Also im Grunde genommen ist eigentlich das eine sozialpolitische Frage, die sozialpolitisch auch nur geklärt werden kann, wie letztlich Automatisierung auch eingesetzt wird. Zum Wohle vieler Menschen, der Menschheit oder zum Wohle einiger weniger, die sich die Früchte der Digitalisierung, der Automatisierung ja letztlich auch leisten können. Ein Punkt, den der Film ja auch aufzeigt, ist, dass die Macht über solche Automatisierungsprozesse, über Digitalisierungsprozesse bei einigen wenigen liegt. Aktuell liegen wir in Europa relativ weit hinten. Die großen IT-Konzerne sind in den USA ansässig und da wäre dann die Frage der Vertrauensbasis. Also wem vertrauen wir sozusagen solche Digitalisierungsprozesse an? Kann man das einer Firmen wie Amazon, Apple, Google und Co. überlassen? Oder ist hier jetzt Handlungsbedarf seitens regulierender Behörden? Oder wie geht man sowas an? Ja, ich meine, die Entwicklungen in den letzten Jahren haben ja gezeigt, dass wir das nicht privaten Unternehmen anvertrauen können. Und sie haben auch gezeigt, dass staatliche Regulierung oder staatliche Versuche, das zu regulieren, der technologischen Entwicklung schon ein bisschen hinterherhinken. Das heißt also, hier besteht auf jeden Fall starker Handlungsbedarf. Im Augenblick ist noch nicht ersichtlich, weil viele das auch einfach mitmachen. Also sagen wir mal, die sozialen Medien werden von vielen genutzt, viele machen sich da auch keine großen Gedanken drüber. Ich glaube schon, dass in der letzten Zeit das Bewusstsein für die Problematik des Datenschutzes schon ein bisschen stärker geworden ist. Aber trotzdem benutzen viele die sozialen Medien immer noch relativ unbedarft in Bezug auf das Schützen der eigenen Daten und blenden häufig auch aus, dass das nicht umsonst ist, sondern letztlich durch die von einem selber zur Verfügung gestellten Daten auch bezahlt wird. Und da sehe ich einen großen politischen Handlungsbedarf. Und um die Frage nochmal zum Abschluss zu bringen, die Antwort zum Abschluss zu bringen, wir sollten auf keinen Fall privaten Unternehmen vertrauen, die damit ja letztlich Profit machen wollen. Also dass wir ihnen einfach unsere Daten kostenlos und ohne weitere Kontrolle überlassen. Im Film sieht man relativ schön, dass Arbeit auf ganz unterschiedliche Art und Weise verstanden wird und auch in unterschiedlichen Branchen ganz unterschiedlich stark automatisiert wird. Und da schließt sich für mich aus so einer wirtschaftsethischen Frage vielleicht auch an, wie man das im Film ja sieht, also Max, der einen ungelernten Job als Tätigkeit hat und tatsächlich nichts weiter tut, als repetitive, sehr motorische Tätigkeiten wie Bleche irgendwo hinlegen. Also eigentlich ein ganz klassischer Arbeitsbereich für Automatisierung. Und auf der anderen Seite sieht man aber im Sicherheitssektor, also Entscheidungen, wo mit Menschen umgegangen wird, eine Automatisierung im Film, also ein genaues Umdrehen von dem, wo wir eigentlich aktuell in der Diskussion hinlaufen. Gibt es aus wirtschaftsethischer Sicht bestimmte Branchen, wo man vielleicht Automatisierung verhindern sollte, wo sie vielleicht nicht angebracht ist? Ja, das wird ja im Film angedeutet, also bei den Sicherheitskräften oder auch bei den Bewährungshelfer, also die im Grunde genommen beide keinen, also wo Maschinen ähnlich wie kleine Kinder Schwierigkeiten haben, Ironie zu verstehen, die dann letztlich diese ganzen Probleme für Max dann letztlich auslösen. Und das ist ein Bereich, da haben Sie völlig recht, dass im Augenblick eher gesagt wird, die Berufe, wo soziale Intelligenz eine große Rolle spielen, wo menschliches Beisammensein, die Interaktion zwischen Menschen eine große Rolle spielen, im Pflegebereich beispielsweise, wo es nicht nur darum geht, irgendwelche Routinetätigkeiten zu machen, sondern auch auf Menschen einzugehen, emotionale Intelligenz, das spielt eine große Rolle und das können im Augenblick Maschinen noch nicht. Das ist in dem Film ja genau andersrum, das haben Sie, finde ich, sehr gut beschrieben. Was aber in dem Film auch deutlich geworden ist, dass es Bereiche gibt, völlig klar, die früher eigentlich sehr stark der Automatisierung ausgesetzt waren und die jetzt gewissermaßen völlig uninteressant sind für Automatisierung, weil die Arbeitskräfte dort so billig und so willig zur Verfügung stehen, dass es wahrscheinlich wirtschaftlich für diesen Konzern, der dort dargestellt wird, überhaupt keinen Sinn machen würde, die zu rationalisieren, obwohl das total einfach zu rationalisieren wäre, aber die Arbeitskräfte sind einfach so billig, dass da ein Robote-Einsatz bei der Produktion von Robotern gar keinen Sinn machen würde ökonomisch. Und hier die eher so komplizierte Bereiche digitalisiert sind, also wie Sicherheitskräfte oder im medizinischen Bereich beispielsweise oder bei den Butlern, also Bereiche, die heute sich sehr stark der Digitalisierung noch entziehen, wo die Fortschritte in Anführungszeichen der Digitalisierung also noch sehr stark hinterher hinken, hinter dem industriellen Bereich. Also da steckt sozusagen die Idee hinter, dass Digitalisierung und Automatisierung vorangetrieben werden, insbesondere durch die Logik des Marktes. Also dort, wo es sich lohnt zu digitalisieren, dort wird die Digitalisierung auch stärker vorantreten und dort, wo es sich eher nicht lohnt, wo also Arbeitskräfte irgendwie billig genug vorhanden sind, wird auch kein ökonomischer Imperativ dahinterstehen, das auch tun zu müssen. Ja, ich denke, das ist in dem Film sehr schön deutlich geworden. Ich glaube, das ist auch ein Trend. Das ist sicherlich nicht der einzige Trend, dass es immer nur um die Frage des Profits geht. Ich denke, Staaten, und das ist im Film auch deutlich geworden, Staaten haben auch ein starkes Sicherheitsinteresse und hier die Militärtechnik ist ja auch sehr weit fortgeschritten. Und von daher denke ich, dass man da nicht nur auf Unternehmen gucken muss, inwiefern das dort der Markt, die Marktlogik oder die Profitlogik hier wirksam wird, sondern da spielen natürlich staatliche Interessen und staatliche Begehrlichkeiten in Bezug auf neue Technologien, auf Digitalisierung, auf Robotertechnologien natürlich auch eine sehr starke Rolle. Das ist ein gutes Stichwort. Der Film zeigt ja relativ deutlich, dass Staaten ein erhöhtes Sicherheitsinteresse haben, weil die Ungleichheit irgendwie existiert. Wir liegen im Moment bei so einer 5-Prozent-Rate und reden insbesondere in Deutschland, aber in den USA mittlerweile auch von einer Art Vollbeschäftigung für Leute, die aber ja trotzdem soziale Ungerechtigkeit nicht einfach ausräumt. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir sagen, wir nur mit einer Rate von 50 Prozent Automatisierung auf einmal vorliegen müssen, dann würde das bedeuten, dass wir eine ganze große Anzahl von Menschen haben, die in unserem System, das sehr, sehr stark auf Konsum basiert, auf einmal keine Rolle mehr spielen. Und der Film extrapoliert das hier natürlich auf eine sehr extreme Art und Weise, aber wenn man sich Rhetoriken anhört, wie etwa zur Zeit von Donald Trump bezüglich der Karawane, die gerade durch Mexiko zieht, also wie er Karawane nennt, die Flüchtenden dort irgendwie durch Mexiko, welche Möglichkeiten bestehen denn da drin oder wie reagiert ein ökonomisch stabiles System in den Momenten, wo es durch so etwas wie zu viele Arbeitslose instabilisiert wird? Also was für Möglichkeiten gibt es da, darauf zu reagieren? Die im Film sind ja nun sehr extrem. Gäbe es da andere Möglichkeiten, gegenzusteuern? Ja, ich denke schon, weil der Punkt ist ja der, nicht nur wie Reichtum verteilt wird, sondern auch wie das Arbeitsvolumen verteilt wird. Also wenn wir davon ausgehen würden, also dieses Extremszenario halte ich für, zumindest auf absehbare Zeit, für übertrieben, aber wenn wir davon ausgehen würden, dass jeder zweite Arbeitsplatz der Automatisierung zum Opfer fällt, würden dadurch ja unter idealen Bedingungen Weiterbildung, höher Qualifizierung und so weiter, da unheimlich starke, menschliche, kreative Kräfte eigentlich frei, die jetzt nicht mehr irgendwo in langweiligen, routinisierten Tätigkeiten gewissermaßen festgeschnallt werden, im Büro oder in der Fabrik. Und dieses Potenzial könnte ja durch eine Arbeitszeitverkürzung beispielsweise geweckt werden, dass also die Arbeit, das Arbeitsvolumen, was vorhanden ist, auf mehr Schultern verteilt wird. Denke ich würde allen zugutekommen, die dann auch entsprechend nicht mehr 39,5 Stunden oder wie viel auch immer in der Woche bei einer vollen Beschäftigung tätig sein müssen und entsprechend weniger, mehr Zeit hätten für Freizeit, für familiäre Belange, für ehrenamtliche Tätigkeit oder was auch immer dort Sinnvolles gemacht werden könnte. Tatsächlich ist es ja so, dass die Entwicklung, die wir da sehen, wird von Soziologen ja aktuell sehr wohl auch schon kritisch betrachtet. Also es gibt die Betrachtung von Sigmund Baumann, der hier von überflüssigem oder verschwendetem Leben spricht, irgendwie von Leuten, die nicht mehr teilhaben können. Wenn wir also diese Möglichkeiten hätten, hierzu entgegenzusteuern und halt eben durch ein anderes Verständnis von Arbeit, nämlich Arbeit nicht mehr als notwendigerweise dazu da, eine bestimmte Menge von Gehalt zu produzieren, damit man am wahren Kreislauf teilnehmen kann, müsste es dann nicht aus der Gesetzgebung heraus Alternativen geschaffen werden, wie Menschen halt eben trotz geringerer Arbeitszeit eventuell dann weiterhin am Leben teilhaben können? Ja klar, das kann ja eigentlich nur durch Gesetze passieren, weil ich denke, dass die meisten Unternehmen sich dafür nicht zuständig fühlen und die Problematik der Freisetzung, wie es so schön heißt, beziehungsweise so euphemistisch heißt, von Arbeitskräften ja eher externalisiert wird. Also an die Sozialsysteme weiter gereicht wird, um den Menschen dann ein entsprechendes Minimum an Lebenschancen noch zu gewährleisten. Das kann ja nur politisch passieren, also durch entsprechende politische Initiativen, sozialpolitische Initiativen und so weiter. Also ich kann mir da eigentlich gar keinen anderen Weg vorstellen, wie hier vielleicht vorgegangen werden könnte. Und ein anderer Weg natürlich, kann man sich auch vorstellen, ist, dass die, wie sie immer so schön genannt werden, die Sozialpartner, also Gewerkschaften, Arbeitgeber sich auf irgendetwas einigen. Aber wir sehen, wie schwierig das ist, vor allen Dingen in Branchen, sagen wir mal wohl, die Kräfteverhältnisse etwas ungleicher verteilt sind und sich die beiden Tarifvertragsparteien nicht auf Augenhöhe begegnen oder wo eine entsprechende kollektive Interessenvertretung gar nicht stattfindet, weil das Bereiche sind, die traditionell sehr schlecht gewerkschaftlich organisiert sind. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass hier Arbeitgeber, Gewerkschaften sich zusammentun und versuchen, Lösungen zu finden. Aber wie wir wissen, aus vielen Tarifkonflikten ist, sagen wir mal, das nicht sehr realistisch, dass das sehr weit treibt. Sondern ich denke, da muss schon der Staat, der Gesetzgeber, die Sozialpolitik und natürlich auch die Arbeitspolitik entsprechend eingreifen. Da müsste ich dann ja doch nochmal nachsticheln. Wir haben aktuell Diskussionen darüber, dass wir das Rentenalter erhöhen müssen, weil wir nicht mehr genügend für die Rentenkassen produzieren und ähnliches. Also im Zweifelsfalle haben wir dadurch mehr arbeitende Bevölkerung. Und wir haben aktuell tatsächlich die Situation, dass viele Leute mit ihrem Grundarbeitsjob nicht mehr auskommen, stattdessen einen zweiten oder dritten Job brauchen oder ähnliches. Der schöne Spruch von Herrn Spahn, also wer genügend arbeitet, der bräuchte auch keinen zweiten oder dritten Job. Da scheint Politik ja dann doch eher in eine andere Richtung zu denken aktuell. Ja klar, das ist aktuell so. Und ich bin auch nicht so naiv zu glauben, dass sich das ganz einfach von heute auf morgen ändert. Aber das ist nun mal der erste Ansprechpartner. Also einen anderen Ansprechpartner haben wir da nicht, außer dass dort politische Mehrheitsverhältnisse sich vielleicht so ändern, dass hier entsprechend noch aktiv diese Problematik angegangen wird. Das, was Sie ansprechen, stimmt natürlich, dass es mittlerweile einen sehr stark wachsenden Bereich von sogenannten geringfügig Beschäftigten, von Beschäftigten, die sich unterhalb sogar des Mindestlohns bewegen oder nur formal auf Basis des Mindestlohns arbeiten müssen und real dann doch weniger haben. Das ist eine große Grau- und Schwarzzone, die im Grunde genommen eigentlich von Seiten der Politik auch mal angegangen werden müsste. Ich sehe da erstmal, vielleicht fällt Ihnen was ein, wenn da noch die Akteure herkommen sollen, aber ich sehe erstmal, dass da auf jeden Fall die Politik in der Pflicht ist. Und da muss ich auch immer wieder daran erinnert werden, dass hier entsprechend von politischer Seite Maßnahmen angegangen werden müssen, um diese Prozesse so zu gestalten, dass man von einer vollen Stelle auch leben kann. Das Ganze wird ja noch schlimmer. Wenn wir davon ausgehen, dass jemand, der 35 oder 40 Jahre in der Vollzeitstelle gearbeitet hat, auch, sagen wir mal, wie das letztes Jahr war das, glaube ich, diskutiert worden ist, dann mit 2.500 Euro Bruttoverdienst dort arbeitet, was sich erstmal gar nicht so schlecht anhört, dann irgendwann, wenn es an die Rente geht, dann im Grunde genommen von der Grundsicherung leben muss. Also das sind auch Dinge, die man im Grunde genommen eigentlich ja den sozialen Sprengstoff eigentlich deutlich machen, der darin liegt und der uns in den nächsten Jahren sicherlich dort zu erwarten droht, wenn dort nicht eingegriffen wird. Vielleicht nochmal abschließend, im Film wird natürlich eine Methode gezeigt oder ein Weg aufgezeigt, über den wir im Moment relativ wenig in Deutschland nachdenken. Vielleicht so ein klein bisschen. Also der Weg, der hier aufgezeigt wird, ist einer des radikalen Umbruchs, einer des komplett Andersdenkens, einer, der in Filmen natürlich auch mit Gewalt verbunden ist, also irgendeine Form von Revolution. Wir sehen aktuell die vielbeschworene Spaltung der Gesellschaft, wir sehen Proteste auf den Straßen, die auch aggressiver werden. Laufen wir auf so etwas wie auf eine Revolution hinaus, in der eine Art Umsturz des Systems irgendwie unerwendbar ist? Schon wieder so eine schwierige Frage, die nur sehr schwer zu beantworten ist. Die Frage ist auch, glaube ich, nicht nur die, ob eine Revolution stattfindet, so wie sie im Film dargestellt ist, wo wieder ein Held zum Menschenfreund wird und dann letztlich in dieser Parabel dann das Nilpferd wird und sich daran erfreut, also jetzt die kleine Mathilda kennengelernt zu haben, ihr helfen zu können, dass sie da an die Früchte der Bäume rankommt. Und es droht ja im Grunde genommen auch eigentlich, oder wenn wir uns die politische Landschaft in den letzten Jahren angucken, könnte ja auch genau das Entgegengesetze drohen. Also dass nicht irgendwie eine Revolution stattfindet, die versucht, die Menschen oder die zur Verfügung stehenden Ressourcen gerechter zu verteilen, nicht nur in einem Land, sondern vielleicht sogar global betrachtet, sondern eher eine Revolution in Anführungszeichen stattfindet, die genau das Gegenteil bewirkt. Abschottung, auch das ist ja im Augenblick beobachtbar, dass Nationalismus zunimmt, rassistische Strömungen zunehmen, Strömungen zunehmen, die sagen, unser Volk oder wir sind besser als andere und deswegen bitte nur die Früchte unter uns aufteilen und Leute, die von außen kommen, abschotten durch eine Mauer oder durch sonstige Gewaltmaßnahmen. Das ist ja auch eine Option, die im Raume steht, die im Augenblick sich erst in einigen Ländern andeutet, aber ich meine 1933 ist ja noch nicht so super lange her. Historisch betrachtet ist das natürlich auch eine Option, die wie ein Damoklesschwert auch über uns steht. Also wenn wir nicht in der Lage sind, letztlich die sozialen Probleme zu lösen, die auch mit Automatisierung, mit Digitalisierung usw. verbunden sein können. Tatsächlich ist es ja so, dass wir, es gibt im Moment zwei Szenarien, die in der amerikanischen Presse zumindest diskutiert wurden. Zum einen gibt es einen Artikel, der zumindest die Idee in den Raum stellt, dass womöglich die Eliten, also die, die hier im Film jetzt, also auf Elysium leben, dass die sich aufgrund ihres extremen Vorsprungs in Sachen Finanzen und technologischen Zugriff technologischer Ressourcen, dass die in der Lage sind, auch einer Ressourcenknappheit, die womöglich auf uns zukommt, zu trotzen, dass daraus gespeist zum Beispiel Handlungen in Sachen Weigerung des Klimawandels, also der Verweigerung der Anerkennung des Klimawandels und ähnliches begründet ist, weil Maßnahmen sozusagen getroffen werden können, mit Hilfe von Geld und technologischem Vorsprung, das gar nicht irgendwie ausleben zu müssen. Und auf der anderen Seite gibt es den Soziologen Pete Fraze, der argumentiert hat, dass wenn wir Ressourcenknappheit in einem extremen Maße haben und auf Automatisierung hinauflaufen, dann halt eben ein Großteil der Bevölkerung überflüssig würde und eben nicht mehr für erhaltende Maßnahmen, wie wir das hier ja auch im Film gesehen haben, irgendwie überhaupt Ressourcen zur Verfügung stünden. Dass also irgendwann die Ressourcenknappheit so groß ist, dass wir auf der Welt nur noch gegeneinander konkurrieren können. Naja, das ist im Grunde genommen heute ja schon so. Also in dem Film ist das ja eigentlich auch, sagen wir mal, diese ganze Flüchtlingsproblematik ist im Film ja auch dargestellt. Also Spider ist ja im Grunde genommen so etwas wie ein Fluchthelfer, also der am Anfang da versucht, dort Menschen hochzubringen nach Elysium. Das könnte man ja sehr schön eigentlich vergleichen jetzt mit das, was im Augenblick in Europa passiert. Also das Mittelmeer ist ja für viele, die aus Afrika fliehen, ja auch eine schier unüberwindbare Barriere und auch eine sehr gefährliche, sehr tödliche Barriere auch für viele. Und ja, es ist davon auszugehen, dass durchaus eine Option auch besteht, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Also dass nicht nur in einem Land immer mehr durch Automatisierung vielleicht ausgeschlossen sind von der Wohlstandssteigerung, sondern dass sich das auch auf globaler Ebene weiter verschärft. Und da gibt es schon auch Anzeichen dafür, dass sich die Schere zwischen Arm und Reichen in den letzten Jahren weiter verbreitert hat, dass Ungleichheit zunimmt, dass Teile der Mittelschichten abbröckeln, also anfangen zu schrumpfen. Und das deutet alles darauf hin, dass hier ein Trendstand stattfindet, der die sozialen Probleme eher verschärft, dass eine Lösung dieser sozialen Probleme in Aussicht stehen. Okay, ich hätte mit meinen Fragen jetzt so langsam den Punkt erreicht. Ich würde gerne für das Publikum öffnen. Ich kann mir vorstellen, dass hier im Publikum auch Fragen sind, die vielleicht zum Film oder auch zu den behandelten Themen des Films irgendwie auf den Nägeln brennen. Ich würde in diesem Moment dann jetzt die Möglichkeit geben, hier Fragen zu stellen, Kommentare, Hinweise. Ich würde sagen, beides ist wichtig. Ich glaube nicht, dass einzelne Individuen für sich genommen die Welt verändern können. Also das sehen wir im Prinzip bei der Frage des Klimawandels. Ich denke, jeder von uns kann eine ganze Menge tun, aber wir können trotzdem davon ausgehen, dass das, so wie es im Augenblick aussieht, nicht ausreicht. Das heißt, wir müssen Menschen erreichen. Andere erreichen, davon überzeugen, dass sie die Problematik ähnlich erkennen wie wir und nicht davon ausgehen, dass der Klimawandel nicht von Menschen beeinflusst wird oder nicht negativ beeinflusst wird. Und wir sollten auch alle natürlich bei uns selber anfangen, völlig klar. Ich glaube aber trotzdem, dass unabhängig von dieser individuellen Verantwortung trotzdem, dafür ist Politik ja eigentlich da. Und im Grunde genommen müssen wir eigentlich die Politiker dazu bringen, dass letztlich das, was sie zu verantworten haben, diese Verantwortung auch ernster nehmen und nicht nur in ihrem Klüngel sitzen, und sich über den Erhalt ihrer Macht und ihrer Ämter und so weiter Gedanken machen. Weil Politik kann sehr viele Dinge verstärken. Das spricht nicht dagegen im privaten Bereich und doch auch überzeugend tätig zu werden und Individuen auch anzusprechen. Also da wollte ich gar nichts gegen sagen. Aber ich denke trotzdem, dass es so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Engpass gibt, wie man versuchen muss, auf jeden Fall auch schneller voranzukommen. Und da finde ich, ist immer die Politik auch gefragt und die Politik auch der richtige Ansprechpartner, der hier wirklich aktiv werden muss. im Sinne wie, ja, wir alle, sage ich jetzt mal so etwas floskelhaft, als Wählerinnen und Wähler letztlich natürlich auch dafür sorgen können und müssen, dass Politik das macht, was wir für richtig halten. Ja klar, das ist ja eigentlich Demokratie. Also Demokratie sollte eigentlich nicht bedeuten oder nicht da enden, dass man sagt, okay, wir geben alle vier Jahre unsere Stimme ab und damit ist die Sache erledigt und gucken dann vielleicht im Fernsehen mal, was dann die Politiker daraus machen, sondern solche basisdemokratischen Prozesse, die Sie ansprechen, halte ich für sehr wichtig. Auch wichtig als eine Grundlage dafür, dass sich in der Politik was ändert. Aber ich finde immer, man muss beides haben. Man muss das auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss diese basisdemokratischen Prozesse fördern und gleichzeitig aber auch die Politik in die Verantwortung nehmen. Dass das, was passiert, was gemacht wird, dass das nicht dem entspricht, wie letztlich Probleme gelöst werden. Probleme in dem Sinne gelöst werden, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wie wir das gerade diskutieren. Also weniger soziale Ungleichheit, ein Umgang mit Digitalisierungsprozessen, der den Menschen zugutekommt und nicht nur darauf ausgerichtet ist, dass man den technischen Fortschritt weiter vorantreibt, für wen, dass nicht nur davon ausgegangen wird, mit Hilfe von neuen Technologien nur auf den Profit zu achten, sondern auch, dass es das Zusammenleben der Menschen auch entsprechend erleichtert, verbessert. Und ich denke, für so eine Trendentwicklung braucht man beides. Basisdemokratie plus Politik, verantwortliche Politik, die gewissermaßen von oben, in Anführungszeichen, die entsprechende Akzente setzt. Ich glaube, etwas, was man aus der medientechnologischen Sicht da auch noch irgendwie hinzufügen kann, ist, dass natürlich diese Technologien, die wir entwickeln, Digitalisierung, das, was wir auf der einen Seite durch Technologiekonzerne vielleicht als eine Bedrohung sehen, aber auch Potenziale bietet, genau diese Prozesse eben anzustoßen. Also das, was wir hier im Moment tun, ist tatsächlich eine Lehrveranstaltung so weit zu öffnen, dass jeder darauf Zugriff hat, dass also universitäres Wissen eben nicht mehr als ein elitäres Wissen gesehen wird, sondern dass wir das öffnen, dass jeder hierher kommen kann, dass jeder über das Internet sich beteiligen kann. Und auf der anderen Seite sieht man das eben auch in sozialen Bewegungen, dass halt digitale Technologien tatsächlich Revolutionen anstoßen kann. Also dass Entwicklungen wie etwa der Arabische Frühling irgendwie nur dadurch möglich waren, dass solche Technologien vorhanden sind. Das heißt, das Potenzial dieser Technologien ist erstmal, sagen wir mal so, ideologisch neutral. Wir müssen halt schauen, was wir damit machen. Also insofern, da bin ich komplett hier bei der Meinung, dass wir tatsächlich beide Situationen brauchen. Wir brauchen Politik, die mitgestaltet, aber eben auch gesellschaftliche Bewegungen, die Politik zudem bringen, mitzugestalten. Also dass wir da sozusagen gemeinsam irgendwie voranschreiten. Aber grundsätzlich, klar, wir sollten versuchen, das irgendwie möglichst breit aufzustellen. Also je mehr wir sind, die Veränderung einfordern, die Rechenschaft einfordern, irgendwie desto besser. Ja, ich denke, beide Punkte sind sehr wichtig, die Sie angesprochen haben. Sowohl die Gewaltenteilung, dass die funktioniert, als auch das mit der Bildung. Also halte ich auch für sehr wesentlich. Da haben Sie ja so ein bisschen so das alte humboldtsche Bildungsideal angesprochen, dass erstmal gar nicht danach geguckt wird, inwieweit Bildung sich sofort in Bezug möglichst auf das Beschäftigungssystem effizient und effektiv zurichten lässt, sondern dass Bildung ja auch bedeutet, im Grunde genommen auch mal über den Horizont hinaus zu blicken. Und ich denke, vor allem da, wo es um Innovation geht, ist es auch, das ist jetzt natürlich auch schon wieder so eine kleine Nutzungsperspektive, ist gerade so diese Grundlage dafür auch mal frei von Verwertungszwängen Bildung betreiben zu können, sehr wichtig. Bildung ist auch, das ist so ein kleines Bonmot, so aus der Demografieforschung, Bildung ist eines der wichtigsten Verhütungsmittel, also in Bezug auf Bevölkerungswachstum in Gegenden, wo die Frau sehr stark von Bildung ferngehalten wird und auch für die Gleichberechtigung, Emanzipation der Frau spielt das eine sehr große Rolle. Also das sind alles ganz viele Ansatzpunkte, die an Bildung hängen, wo ich das nur unterstützen kann, was Sie sagen. Also ich halte das für sehr wesentlich und es wird auch sehr wesentlich, nicht nur unter diesem Aspekt des Humboldtschen Bildungsideals, sondern auch, dass vielleicht das Argument, um Automatisierung auch, sagen wir mal, den Automatisierern schmackhaft zu machen, in dem Sinne, dass es keine automatisierten Systeme gibt, in denen nicht irgendwo Menschen an irgendeiner, sei es an der Peripherie oder sei es dort, wo es um Störung geht, eingreifen müssen. Das heißt, also auch um solche automatisierten Systeme lauffähig, funktionsfähig zu machen, brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, diese Systeme zu begreifen und dort entsprechend eingreifen zu können. Auch eine Form von Bildung. Also Bildung ist im Grunde genommen sehr breit aufgestellt und ist ganz wesentlich, um da auch Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit auch möglich zu machen. Ja, ich würde da auch kurz anschließen und vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich bei Bildung auch hier natürlich einen ganz wesentlichen Punkt sehen, wo soziale Ungerechtigkeit auch sozusagen eingraviert wird quasi in die Gesellschaft. Dass wir also auch heutzutage Studien ja haben, in denen ganz klar gezeigt wird, dass wir immer noch nicht da sind, gleiche Chancen durch Bildung zu produzieren. Also da, wo sozial schwache Gesellschaftsteile sind, steht die Chance, dass Bildung erreicht wird, halt einfach immer noch schlechter. Sodass also nicht nur, wie jetzt im Film dargestellt, Gesundheit ein ganz wesentlicher Punkt für Ungleichheit ist oder Arbeit, sondern dass eben auch Aspekte wie Obdach oder aber eben auch wie Bildung ganz zentrale Punkte darin sind, um eine Gesellschaft gerechter zu machen. Und würde dann hier nochmal den Hinweis geben wollen, dass vielleicht Technologie und Digitalisierung dazu natürlich auch ihren Teil beitragen kann. Wenn sie richtig eingesetzt wird und tatsächlich Möglichkeiten, innovative Möglichkeiten bietet, dann kann da natürlich Technologie helfen, auch einfach die Ungerechtigkeit hoffentlich zu verhindern oder in irgendeiner Art und Weise wieder auszugleichen. Ja, dass es untergeht, denke ich schon. Oder dass es gering geschätzt wird auch in vielen Bereichen, denke ich auch. Trotzdem glaube ich, dass die Möglichkeiten bestehen ja. Also die Möglichkeiten konnten ja zum Beispiel für den Austausch konnten hier auch benutzt werden. Aber so sehr viele sind jetzt hier nicht im Publikum erschienen, die quasi diese Gelegenheit nutzen. Das heißt also, die Frage ist, inwieweit dort neue Medien auch in der Lage sind, neue soziale Medien auch in der Lage sind, hier Impulse zu setzen, zu motivieren, sich an Diskussionen zu beteiligen, wo man vielleicht den Schritt des physischen Auftretens und hingehends vielleicht scheut und dort eher über die neuen sozialen Medien versucht, geringerschwellig an Diskussionen teilzunehmen. Und ich finde beides wichtig. Wichtig ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist etwas, was auch für die Weiterentwicklung von Gesellschaft unheimlich wichtig ist. Also, dass wir darüber uns austauschen, was wollen wir für eine Gesellschaft haben? Wie soll die Zukunft der Gesellschaft aussehen? Wie soll die Zukunft der Arbeit aussehen, der Wirtschaft aussehen? Da wird zwar immer wieder so in Hochglanzveranstaltungen, hätte ich fast gesagt, darüber diskutiert, aber es ist nicht etwas, was so eine breite Diskussionskultur in der Bevölkerung fördert. Und da denke ich, müsste man auch drüber nachdenken, sicherlich über Bildungsprozesse. Die Bildungsinstitutionen spielen da eine große Rolle, aber auch außerhalb von den etablierten Bildungsinstitutionen, die mehr Gelegenheiten geschaffen werden, um da miteinander ins Gespräch zu kommen und sich darüber austauschen zu können, über die Art und Weise, wie Gesellschaft sich weiterentwickeln sollte und Wirtschaft und Technologie und so weiter. Also, zur ersten Frage, wie weit oder wie nah sind wir an Odysseum, glaube ich, irgendwie wird es schon im Film relativ deutlich, der Film ist von 2013, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, das also schon 2011, 2012, als Neil Blomkamp den Film gedreht hat und wenn man seinen Film davor, District 9 nimmt, der ja auch ähnliche Thematiken hat, dann hat er hier, glaube ich, die Situation, die sowohl in den USA aktuell herrscht, als auch die Diskussion zum Beispiel über Europa und die Migrationspolitik, diese Themen lagen schon vor. Und er hat sie da sozusagen einfach nur extrapoliert in einen Bereich reingeschoben sozusagen, wo wir ein bisschen genauer hingucken müssen. Aber Diskussionen über Fortress Europe, also die Festung Europa, sind natürlich exakt genau solche Diskussionen wie in den Raum von Odysseum kommt keiner rein. Wie Herr Florian richtig gesagt hatte, irgendwie das Mittelmeer ist ja quasi wie das Weltall, durch das die erstmal durch müssen. Also die Bildmetaphern, die hier benutzt werden, sind sehr ähnlich. Also ich glaube, wir sind schon ziemlich nah dran. Natürlich macht der Film das ja extrem deutlich. Das ist also ein wesentlicher Aspekt, warum wir den Film auch ausgesucht haben, ist, dass der eigentlich auf einer Ebene von Actionfilmen natürlich funktioniert, viele Leute erreicht, aber unten drunter Botschaften eben auch vermitteln kann, die tiefer liegen, die nicht einfach nur auf dieser Hollywood-Ebene passieren und dass man da eben auch drüber diskutieren kann. Und für den Hinweis zu den Medien und dem Austausch, der dadurch entsteht, gerade auch in sozialen Medien, würde ich einfach nochmal die kleine Self-Promotion machen. Wir sind in zwei Wochen wieder hier und diskutieren zu The Circle und zu der Frage von sozialen Medien und wie die unsere Gesellschaft auch, wie die die Formen und Formgeben da sind. Also natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, der in diesem Film jetzt sozusagen ein wenig in den Hintergrund tritt, den wir aber in der Reihe auf jeden Fall noch aufgreifen wollen, weil er ein ganz zentraler und ganz wichtiger Moment in unserer aktuellen Situation natürlich ist. Naja, was bleibt ihm anderes übrig? Also ich sage mal, nicht nur die Frage, also sagen wir mal, die aus meiner Sicht viel naheliegende Frage ist, warum geht der da in diesen gefährlichen Raum rein, wo die Strahlung existiert? Er bekommt den Befehl von dem interessanterweise natürlich auch wieder weiß gekleideten Vorgesetzten, der ihm droht, dass er rausgeworfen wird. Und das scheint für ihn ja so wichtig zu sein, dass er in dem Augenblick die Gefahr, die dort existiert, der er sich glaube ich schon bewusst ist, diese Gefahr dort in Kauf nimmt, weil er seinen Job nicht verlieren will. Der Job scheint für ihn ja unheimlich wichtig zu sein, um seine, das wird ja so angedeutet, mit der kriminellen Vergangenheit, um dort ein Stück weit ein Leben zu führen, außerhalb von Kriminalität, wahrscheinlich Drogensucht und wer weiß, was da alles noch dran hängt. Also ein Rattenschwanz an Problemen. Und wenn man in so einen Prozess dann letztlich eingebunden ist, ja, dann wird so eine Entscheidung getroffen, also das gewissermaßen gegen die eigene, gegen die Vernunft, den eigenen Körper zu schützen, vor den Gefahren dort geht er dort rein, um diese blöde Palette dort so hinzustellen, damit die Tür sich schließen kann und der Prozess weiterläuft. Und das ist ja etwas, was im Grunde genommen total unvernünftig ist, aber trotzdem, denke ich, vor dem ganzen Hintergrund seiner Lebensweise, seiner Lebenssituation dort, auch nachvollziehbar ist. und ich glaube über das, was Sie angesprochen haben, dass er dort Repressionsobjekte produziert, ich glaube, darüber macht er sich noch am wenigsten Gedanken, weil das ist für ihn ein Job, der eigentlich viel besser durch eine Maschine erledigt werden könnte, von der Automatisierung her, aber wo er ja im Grunde genommen froh ist, dass er die Arbeit hat. Und so kleine Fluchten, die er sich da mal gönnt, wie das mit der Ironie, schlagen dann so erbarmungslos zurück, dass man sich denken kann, eigentlich müsste er ja wissen, was dort passiert und hätte er sich da in dem Augenblick nicht besser zurückhalten können. Aber das ist so, also das Leben ist manchmal einfach so, dass man Dinge tut, die man hinterher vielleicht bereut, aber in dem Augenblick ist die Situation so, dass man einerseits bei dieser Ironie, diese Ironie gegenüber diesem Roboterpolizisten dann auch mal so eine kleine subversive Tätigkeit unternimmt und andererseits, wo es ums eigene Leben geht, dann auch dort reinspringt. Und das hat wirklich, glaube ich, damit zu tun, dass er den Job nicht verlieren will und dafür bereit ist, einiges zu riskieren. Was übrigens bei gefährlichen Arbeitsplätzen häufig der Fall ist. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, da, wo Arbeitsunfälle stattfinden, ist das ja kein Einzelfall, dass Menschen dort, Arbeitskräfte dort, ja, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die dort durchaus existieren, dann in den Wind schießen, wenn es vielleicht bequemer ist oder wenn sie dazu gezwungen werden. Ja, aber es ist halt ihr Job, sie gehen für ihren Job auf die Straße und das ist auch ganz schwierig, sagen wir mal so, aus Nachhaltigkeitsperspektive, muss man die eigentlich dafür gewinnen, aber es ist schwierig, die dafür zu gewinnen, weil die erstmal nur sehen, mein Arbeitsplatz ist in Gefahr. Man muss im Grunde genommen versuchen, Alternativen zu entwickeln für diese Arbeitskräfte, die in einem Bereich tätig sind, der aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr problematisch ist. Aber die sehen halt ihren Arbeitsplatz, was man auch irgendwo nachvollziehen kann, dass sie natürlich auch ihre Arbeit nicht verlieren wollen, weil sie davon leben, ihre Familien hängen davon ab und so weiter und so weiter und da ist Nachhaltigkeit dann in dem Punkt und ökologische Risiken sind dann also sehr nachgeordnet. Wobei ich glaube, man auch sehen muss, dass der Film natürlich eine Zukunft uns zeigt, in der, also das, was hier dargestellt wird, ist ja L.A., aber die Realität des Filmens, die da tatsächlich stattgefunden hat, ist in Mexiko Stadt passiert und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür. Also wir reden hier jetzt natürlich beim Hambacher Forst von aktuell 2018 noch relativ gut geregelten deutschen Verhältnissen. Wenn wir aber global gucken und uns einfach anschauen, wie globale Arbeitsmärkte funktionieren, dann ist es natürlich so, dass die Näherinnen in Bangladesch nicht auf die gleichen Rechte, die gleichen Gewerkschaftsmöglichkeiten und Ähnliches zurückgreifen können, wie es hier in Deutschland momentan der Fall ist. Also insofern sind natürlich Lebensrealitäten anderswo auf der Welt aktuell werden gegeneinander ausgespielt. Also die Arbeitskräfte, die dann halt eben von Deutschland irgendwann nach Polen verlagert wurden, von Polen irgendwann nach Bulgarien verlagert wurden und wenn selbst in Bulgarien dann irgendwann zu teuer ist, globalisierte Unternehmen können halt einfach, weil sie globalisiert sind, weil sie eben flüchtig sind, wie Sigmund Baumann es beschreibt, ohne weiteres auch weiterziehen und eben diese Rechte aushebeln. Und ich glaube, da ist dann sozusagen ein Problem, was wir hier im Film ganz massiv sehen, weil nämlich die Machtelite tatsächlich ja oberhalb der Erde, also wirklich auch raustransportiert, nach oben sozusagen über allem steht, für die ist die Realität auf der Erde einfach irrelevant. Und dabei ist es völlig egal, ob der ein oder der andere. Also das heißt, das Menschenleben, das Arbeiterleben, sieht man hier im Film ja sehr deutlich, hat keinerlei Wert, kann jederzeit ausgetauscht werden und zwar sowohl durch den Line-Manager als auch durch den Chef, als auch im Zweifelsfall durch die Politikerin. Also die haben alle keine Kenntnis vom Wert des Lebens mehr, das dahinter steht. Geschweige denn Empathie, das, was Sie angesprochen haben, also diese Mitmenschlichkeit geht der Elite dort oben ja völlig ab. Ich denke, das ist das, was wir vorhin schon andiskutiert haben, also miteinander ins Gespräch kommen, Impulse geben, vielleicht Aha-Erlebnisse vermitteln, Gelegenheiten schaffen, dazu motivieren, sich Gedanken zu machen über Dinge, über die man sich im Alltag so normalerweise keine Gedanken macht, wie, wo kommt eigentlich die Jeans her, die ich trage und wie viele Tausend Kilometer hat die gemacht, welche Näherinnen haben an der Jeans gearbeitet, unter welchen Bedingungen und so, das sind ja alles Punkte, die sind ja eigentlich bekannt, aber die meisten wissen das nicht, wollen das nicht wahrhaben oder interessieren sich nicht dafür. Und da ist es natürlich schon sinnvoll, durch persönliche Gespräche, wie Sie das geschildert haben, hier mit Menschen ins Gespräch zu kommen und versuchen, dort ein Stück weit Bewusstseinsbildung im Kleinen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, im Kleinen schon anzustoßen oder durch so eine Veranstaltung hier vielleicht auch einen Impuls zu setzen und etwas mehr Menschen zu erreichen, vielleicht auch bei einer Veranstaltung, die da noch ein bisschen besser besucht werden, dann entsprechend noch quasi über solche Multiplikator-Effekte auch vielleicht etwas in Gang zu setzen. Aber das dauert natürlich auch und das spricht aber nicht dagegen, solche Gelegenheiten zu suchen, zu organisieren, wie bei dieser Veranstaltung hier und dann auch entsprechend zu nutzen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich darüber auszutauschen, was faul ist und was geändert werden sollte. Ja, ich glaube, ich kann mich dem im Moment so nur anschließen, nämlich, dass wir natürlich mit einer solchen Veranstaltung genau solche Impulse versuchen zu setzen, dass es genau darum uns geht, dass wir das, wie wir das so schön genannt haben, das Denken über Zukunft irgendwie anregen wollen. Das ist vielleicht ein Aufruf insgesamt, sollte es jemals ein entscheidender Politiker sehen, ein bisschen mehr in Richtung Geistes- und Sozialwissenschaften auch zu denken und diese Perspektiven mit einzubauen. Das ist genau der Grund, warum wir es an der TU machen, warum wir also diese Perspektive an einen sehr ingenieursorientierten, einen sehr pragmatisch orientierten Standort auch holen, weil wir glauben, dass das halt hier eine Perspektive ist, die sozusagen die Macher von morgen, die Leute, die später als Ingenieure Technologien gestalten, dass die das mitdenken können und sollen. Insofern würde ich das gerne als, wir sind dann jetzt auch eine Stunde irgendwie schon bei, ich würde das gerne als Abschluss nehmen, um vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, wenn Sie mitdiskutieren wollen, auch im Internet, ich habe mal die Internetseite angeschrieben, es ist sci-fi-visions.rz.tu.h.de, dort ist ein kostenloser Online-Kurs, der sich genau mit diesen Fragen irgendwie auseinandersetzt, noch etwas erweiterter als das, was wir hier tun. Die Materialien von hier werden wir dort auch versuchen einzustellen, nachdem sie editiert worden sind, sodass wir also versuchen wollen, Materialien einfach zu sammeln und weiterzudenken, über die nächsten Semester immer mal wieder so etwas anzubieten und den Diskussionsraum einfach nicht verstummen zu lassen. Wenn Sie also Interesse haben, sind Sie herzlichst eingeladen, da mitzumachen, Sie können mit uns diskutieren online und wir sehen uns ansonsten auf jeden Fall hoffentlich in zwei Wochen zu The Circle und einer Diskussion über Social Media wieder und dann bleibt es mir auf der einen Seite nur noch Ihnen zu danken fürs Erscheinen und Herrn Dr. Florian für die Diskussion. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich war gerne hier. Vielen Dank. Ja, dann vielen herzlichen Dank und kommen Sie gut heim. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.